Herzlich Willkommen zurück zu Mega Man X, Leute! Sigma wird heute dran glauben, im hoffentlich finalen Part des Spiels, ne? Puh, Leute, wir können ja von Glück reden, dass das heute überhaupt zustande gekommen ist, dieser Part, denn ich muss sagen, das Spiel hat mich ganz schön hart getrollt. Oh, ja. Stellt sich nämlich raus, der letzte Part hab ich ja, ne? Also ich hab nicht nur den letzten Part einfach so beendet, damit der Part zu Ende ist, ne? Ich hatte da auch eine Aufnahme-Session beendet. Und stellt sich, wie gesagt, raus, dass das Spiel dann nicht mehr speichert. Alle Sigma-Stages wurden nicht gespeichert, obwohl das Spiel es so aussehen lässt. Super! Und leider, leider, leider habt ihr es auch versäumt, mich rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass das passieren wird. Und demzufolge musste ich jetzt alle Stages nochmal machen. Mann, ich hab gekotzt, ey, weil ich hatte ja überhaupt keinen Bock drauf. Aber was soll man machen? Ist halt ein altes Spiel, ja? Ja, und ja, ihr fandet es halt irgendwie, ja, irgendwie fandet ihr es halt wichtiger, mich darauf hinzuweisen, dass ich doch mehr dashen soll, ne? Ja, das ist jetzt so ein Tipp, also, ich muss sagen, das ist so ein Tipp. Der hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja, da wär so ein essentieller Hinweis vor wegen, oh scheiße, was, der kennt das Spiel nicht. Oh, das sieht ja immer so aus, als würdet ihr speichern. Wir sollten ihn warnen! Das wär irgendwie cooler gewesen, aber, naja, was soll man sagen, ne? Wir, ja, wir sollten's schon bei Namen nennen, ne? Wollen wir, wollen wir die Wahrheit aussprechen, ne? Ihr habt mich da schon ganz schön ins Messer laufen lassen, ne? Ja, oder, Leute? Ist doch klar, ne? Aber was soll's, Leute, was soll's? Ich bin hier nicht dazu da, um mit dem Finger auf einen Schuldigen zu zeigen oder so, ne? Denn wer hat letztendlich Schuld? Schuld am Ende hat natürlich genau Capcom. Die, die nicht auf die Reihe kriegen, nach dem x-ten Re-Release von Mega Man X, mal ein ordentliches Speicherfeature einzubauen. Ahhhh. Oder eine kleine Warnung oder so. Naja, was soll's. Und, Leute, ganz lustig, ich musste mir auch die Hadouken-Fähigkeit, musste ich mir auch nochmal holen, weil die wird auch nicht gespeichert. Äh. Und da ist mir aber noch was aufgefallen, um jetzt mal den Part wieder ein bisschen in eine frischere Richtung zu schicken, ist mir hier was aufgefallen, äh, was eventuell ein cooles Easter Egg ist. So, also erstmal zu dem, äh, so, ich hab mich wieder komplett voll gefüllt mit vier Subtanks und ich hab sechs Leben. Ja, ich sag euch ja gleich warum, weil ich glaube, das ist so ein, das ist wieder so ein Easter Egg, das ich gefunden hab. Ah, der Hadouken! Denn, aber noch eine kleine Info dazu, ähm, es ist wirklich wichtig, bevor ihr die Hadouken-Fähigkeit, die Hadouken-Cups überhaupt bekommen könnt, also ihr müsst alles andere im Spiel gefunden haben, alle Subtanks, alle Herzcontainer und die Subtanks müssen sogar voll sein, ehe ihr halt diese Versuche da macht, da immer hier in dieser Stage am Ende da hochzuspringen, wie ihr es ja gesehen habt, ne, und dann funktioniert Hadouken auch nur, wenn ich volle Energie jetzt hab. Richtig toll. Naja, ist halt aber dafür Instant Kill der Gegner, ne. So, was würde ich sagen? Ne, und zwar, Leute, in dieser Stage hier, guckt mal, ihr sind, guck mal, das hier sind ja, das hier sind ja diese, diese Fledermäuse, ne. Die haben wir die ganze Zeit im Spiel gesehen, das sind die Mega Man X Fledermäuse. Und ich glaube, hier haben die Entwickler ein Easter Egg gemacht, hier gibt's nämlich eine Fledermaus. Ich glaube, die ist aus Mega Man, der Originalserie. Wartet mal, passt mal auf, Leute, das zeig ich euch mal kurz. Und die hat anscheinend eine sehr, sehr krasse Eigenschaft, dass diese Fledermaus ganz viele Leben immer droppt. Weil deswegen hab ich sechs Leben. Ich hab hier nämlich wieder, ne, ich hab hier an der Stelle meine Subtanks gefarmt. Und dann an der Stelle mit dieser besonderen Fledermaus, die hat einfach eins auf Leben gedroppt. Deswegen, so, guck mal, ne Standard Fledermaus. Oh, shit. So, guck mal, die da oben, guck mal. Guck mal, das ist nicht ne klassische Fledermaus. Und wieder einfach ein Leben. So, das ist doch Classic Fledermaus. Also, da habt ihr mich auch nicht drauf hingewiesen. Seht, da hab ich noch ein Easter Egg vor euch gefunden. Cool, man, yeah. Oder zumindest, bevor ihr darauf hinweisen konntet. Joa, das ist die einzige Fledermaus, die hier so aussieht. Und ich glaube, das müsste es nur eine Classic Fledermaus sein. Und die hat irgendwie sau viele Leben immer gedroppt. Immer wieder respawned. Ich hab hier halt gefarmt, ne. Und deswegen voll cool. Also, sie ist schon wieder, seht ihr? Also, irgendwie, die ist, glaube ich, besonders, die Fledermaus. Jawohl, einfach noch eins. Okay. Ich hab keine Ahnung, was das bringt, hier alle lebenvoll zu machen. Wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte es bloß mal zeigen, Leute. So. Sigma. Entschuldigt bitte. Hey, wie, guck mal, speichern? Spielstand speichern? Ja. Speichervorgang. Abgeschlossen. Das ist gelogen. Wie gesagt, es speichert jetzt nichts mehr. Vielleicht meine... Ich glaube, nicht mal die Subtanks. Ich glaube, die Subtanks sind dann auch wieder leer. Richtig klasse. So. Sigma Stage. Also, ich weiß ja schon, die Schwäche vom Hund ist Eis. Ne. Und die Schwäche seiner Form mit dem Laserschwert ist dann Elektro. Sollte ich also alles ganz gut hinkriegen. Und dann habe ich auch schon einige Sachen in seiner letzten Phase ausprobiert. Wo sich er leider rausgeschätzt hat, dass mitunter Sachen im Jahr keinen Schaden machen. Wie Wind. Macht überhaupt keinen Damage. Der Stingbuster macht auch keinen Damage. Also werde ich einfach mal die nächsten Waffen in der Reihenfolge ausprobieren. Ne. Vielleicht hier einfach homingen oder so. Ne. Das ist hier alles. Ja. Feuer wäre natürlich richtig gemein. Weil da muss ich nah ran. Wenn das seine Schwäche wäre. Ihr probiert aber mal mit dem Arschhild einfach. So. Und ich habe schon ein bisschen so eine Taktik. Ich will richtig schön einfach nur ausweichen. Und natürlich noch keinen Subtank verwenden. Bei diesen ersten Phasen hier. Da ist er wieder mit seinem Schoßhund. Und wie der einfach wieder fusioniert. Na. Welcome. Ich sehe, du bist richtig krass. Fass, Hündchen. Fass. Oh, oh. Oh. Oh, scheiße, Leute. Verdammt. Ich wollte eigentlich so wissen, dass ich mit Abprallen irgendwie treffe. Na toll, das klappt ja gar nicht. Oh mein Gott. Alter, wie er einfach die ganze Zeit hier rumeiert. Damit Abprallen ist aber schon cool. Okay. Hundi ist down. Und noch kein Energy Tank verschwendet. So, dann switch ich gleich mal zum Elektro-Spark. So. Ja, da muss ich jetzt einfach... Ja, ich versuche jetzt einfach ganz langsam die Sache runterzuspielen. Gut gemacht, X. Jetzt bin ich dran mit meinem Laserschwert. Pass mal auf, hier. Boah. Okay. So. Und dann macht er den ganzen Quatsch hier. So, so will ich es einfach probieren. Weil der macht ja nichts anderes. Das ist echt lustig irgendwie. Oh, hab ich dich trotzdem getroffen. Oh mein Gott. Da finde, Schwäch zieht sich der Echtehelm. Erkriegt einfach schon wenig Damage. Alter. Abgeblocket. Helfer man entzutut... Da war jetzt da sitch doof. Worum hab ich jetzt schon nicht aufgepasst? Das war krass! Veronica vintagegt Meter Battle off weist bị die Drehmom hab ich sowieso schon gesagt. Keine Energie-Tap benutzen. Sorry. ich erst bei den dicken und die richtig dummer kampf eingehen so und ein noch oh mein gut wie das aussieht so also ich probiere es jetzt gleich mal ich glaube ich nehme auch gleich einen energy tank oder ich probiere es mal mit dem ding aber erstmal natürlich hier gut voll hier so alles klar ist go 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 kommt die hand wieder runter ja ich glaube es ist eine schwäche oder es ist eine schwäche ich glaube wir haben sich aber natürlich ein bisschen aufpassen kann ich mit nämlich mit nein nein ich wollte gerade startrücken um mich zu heilen sind natürlich wieder irgendwie die ganzen sachen wieder zusammen fahren eben mit dem eis und dem spark man ist so fies das war der erste versuch das war natürlich wieder ober fail ist ja klar diese dumme raupen hier oben sind ganz doof sehr schön okay wissen kann man hier auffüllen ist ja wenigstens schon mal das ist ja wirklich nett dass das überhaupt geht dieses besiegelt mal daher springen muss sonst verschwindet er gleich wieder so wir haben alle schwächen alle schwächen sind rausgefunden das ist ja schon mal gut aber trotzdem noch nichts gebacken hier so fühle ich auch meine energy tanks wieder ein bisschen auf ja also an sich ich guck mal ja wenn das auf jeden fall ist das schaffbar es kann sein dass das ein bisschen dauert dann ja wenn ich jetzt noch öfter verkacke dann schneide ich das hier mal raus hier diese recharges die recharges die muss man zeigen wie viel spaß das macht ist ja auch eine sehr komische stelle hier oder so guck mal hier spark ist schon wieder voll also so weit voll und mein energy tank klappt doch vielleicht mache ich auch nicht vielleicht auch so ein bisschen als backup machen dass ich weiß erstmal immer nur ein energy tank verwenden am besten werden in den ersten beiden phasen ja kein schaden zu kriegen wir werden natürlich am allerbesten So ich glaube jetzt ist ja wieder alles voll Okay das schnapp mich irgendwie verletzt aber ne So kommt schon kommt schon noch ein bisschen noch ein bisschen noch So eigentlich macht es ja auch einen schönen sound wenn man den energy tank voll hat So Leute sorry ja gleich haben wir es gleich haben wir es Wenn sich noch leben habe ich Durch den geilen durch die geile fredermaus in der amadillo stage Also das ist mir aufgefallen vielleicht gibt es die noch irgendwo anders diese fredermaus wie sie geht es ja auch nicht Mir ist die hat nur da aufgefallen und auch nur beim farmen So gleich haben wir es gleich haben wir es Wenn die mal hier netter wären würden wir hier richtig schön hier die die dicken heilungsdinger entworfen Ach nein das ist doch nicht so ein dicke heilungsding mann So Okay Ja noch nicht ganz voll reicht es Es reicht natürlich nicht aber Okay jetzt aber Ne ok aber gut reicht es ich gehe jetzt los jetzt geht es los oder ich habe keinen bock mehr So, sag mal, du musst jetzt einfach mal sterben. Das geht doch nicht, dass du hier so fiese Sachen machst. Nee, nee. Das ist natürlich fies, ey, mal da hoch zu sein im Gesicht, ey. Mit den Händen und so was, alles. Mann, Mann, Mann. Hups, hups, hups. So, schon mal gleich hier heiß. Und ich versuche immer irgendwie ein bisschen, mich nach oben hin immer auszuweichen. Und vielleicht mit Abpralltechnik ihn zu erwischen. Du schon wieder, Mann. Tja, tschüss, Mann. Mm, dum, dum, dum. Ja, spring natürlich gleich in mich rein, du oller Sack. Warum breitet das nicht ab? Ja, das war doch geil, oder? Also, das hat schon mal richtig reingehauen. So. Ich bin oh noch da mit meinem Laser Sword, Mann. Mann, hast du das vergessen? Oh, oh, oh. Du wirst mich niemals besiegen. Oh, oh. So, komm her, du Schwein. Boah. So, vielleicht soll ich mal ein bisschen aufladen, ne? Vielleicht auch noch ein bisschen mehr helfen. Ja, oder? Ich weiß nicht. Aua. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das hilft nicht so, wirklich, Mann, ehm. Aber immer schön zweitreffer. Oh, abgeblockt. Außer er blockt wieder so richtig fies. Alter, Mann, er ist einfach so fies, Mann. Ne, okay, Uflan war jetzt nicht so toll. Habe ich gemerkt, weil das dann doch ein bisschen mehr an der Energie zieht. An der Weapon-Energy. Aua. So. Okay. Hälfte Energie verloren, aber noch vier Energy-Tames, ne? Vielleicht muss ich auch mal gucken, dass ich immer wieder von der Hand dann runterspringe oder so. Bloß der hat ja auch einen Flammenwerfer und all so'n Scheiß. Der ist halt einfach richtig fies. Also erstmal kommt er halt wieder... Ja, okay, die Hand. Boah, Alter, du kannst ja nicht so schnell reagieren, ey. Das ist richtig gemein. So schnell kannst du gar nicht gucken. Boah, sag mal. Nein, halt, ich muss irgendwie... Alter, der Energy-Tank wieder... Ach, Michael ist wirklich... Boah, der fühlt ja nicht mal mehr voll. Boah, der ist ja so fies, ey. Boah, ey, ich will doch immer schon runterspringen. Alter, ich will immer schon springen. Und der von den Buschen bin ich immer voll getroffen. Oh, oh, Leute. Oh, oh, oh. Oh, ja, komm hier noch runter zu mir. Voll gemein. Boah, ey, du bist hier komplett zugeballert. Alter, ich kann nix machen. Ach, ich glaube, das lohnt sich nicht, oder? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Man kann ja mal seine Hand wieder runterkommen. Ja, gut, okay, danke. Oh, oh. Ich glaube, das lohnt sich nicht, Leute. Also jetzt noch ein Energy-Tank oder so. Ich habe noch... Ich habe ja, wo ist noch ein? Den, den, den. Oh, da kommt die Hand. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, aber... Oh, das sieht ja... Er trifft mich ja... Ich treffe ja... Aua. Oh, voll eingequetscht, Mann. Oh, das wäre jetzt noch die Bruch. Oh, Mann. Oh, Gottes Willen, Alter. Der ist ja richtig übel. Der ist ja richtig hart. Irgendwo... Mann, ich muss noch mal farmen. Okay, Leute, kurzer Schnitt. Ich muss mich halt noch mal zusammen farmen. Voll übel. Mann, zu schade, dass die Escape-Funktion echt nur bei Level klappt, die man schon abgeschlossen hat. Na gut, Leute. So, alles wieder voll. Vier Tanks, Energie, alles ist da. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt aber... Ich werde ihn einfach weghaduken. Den Hund und seine zweite Vorhob vielleicht zumindest. Ich glaube, das andere wird gar nicht gehen. Ey, ich kriege ja niemals die Hand dazu, dass sie mich da hochballert. Ich schweige, dann habe ich voller Energie, um das einzusetzen. Naja. Äh, soll ich trotzdem irgendwie eine probieren, ne? Aber okay, ich guck mal. So, Hundi mal wieder. Du-du-du-du-du. Los, ey, wir müssen jetzt irgendwie schaffen, Leute. Das gibt's doch nicht. Los, 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 los. Mein Hund will spielen. Okay, verdammt. Das war natürlich jetzt richtig kacke gerade. Das ist der Hund, der aber auch so richtig fies immer springt, ey. Oder auch nicht halt, ne? Mann, so gemein. So, mit der Duken, das war's. Das geht nicht. Klar, Leute? Es geht einfach nicht. So, dass wir gerade hier nicht so viel Energie verlieren bei dem. Oh, Mann. Diese drei Phasen, Bosse. Aber eigentlich sind es bloß zwei Phasen, weil das ist ja wirklich... Also, der kann ja eigentlich gar nichts. Du-du-du-du-du-du. Komm her, du Schwein. Wow. Ja, wie viele Leben ich wieder gekriegt habe beim Raupenfarmen, ey. Richtig viel. So, schön. Zwei Treffer reingebäschen, reingebäschen. Könnt der nicht eigentlich auch noch was anderes machen? Nein, Leute, macht der einfach nicht, weil er... Weil der immer denkt, Komm zu dir hoch, du Schwein. Oh. Versteck mich einfach hinter meiner Energy Bar. Ist viel cooler. Alter, mal schöne Treffer, aber reinballern. Tschö, tschö. Ja, was macht man bei der letzten Phase, ey, Leute? Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein großes, großes Problem. Und tschüss. So. Leute, wisst ihr, in der Mitte bleiben ist es irgendwie richtig ätzend, Alter. Ja, wenn er seine komischen Kugeln da macht, Ich glaube, so richtig in der Mitte macht er ja nie was, ne? Der kommt immer von links oder rechts, sei es Feuer oder diese komischen Energiebälle. Da muss ich mal aufpassen. Ah, ich weiß halt auch nicht, war da zuerst hier, war da zuerst hier. Okay, die Hand, glaube ich, die linke Hand kommt jetzt runter. So, ich muss rechtzeitig wegspringen. Ach. Was soll ich eigentlich... Okay, was soll ich eigentlich die Dinger machen, wenn die, äh... Wenn die da so Blitze machen oder irgendwie ein Feuer? Da kann ich ja nicht ausweichen. Aua, oder ich soll halt anscheinend ganz schnell da ausweichen, ist schon klar. Boah, Alter. Da kann ich einfach runterkommen, danke. So, und... Okay, gleich nochmal. So, und da kommt die nächste Hand. Ja, er hat ein gutes Hand. Ja, Alter. Ich würde gerne durchdashen, ey, weil ich glaube, das geht gar nicht. Okay, Leute, wir müssen ruhig, wir müssen ruhig, wir müssen ruhig überroberanen. Du, 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 du. Scheiß Flammenwerfer, ey, also wirklich. Aua. Bada. So. Aua. Aua. Oh, Flammenwerfer hat mir ihn direkt hinterher. Okay, okay. Okay, Leute, mehr als neun Leben kann man übrigens nicht haben, ne? So, oder ganz ruhig. Versuch mich mal jetzt zu konzentrieren. Na, so gut, das geht halt, ne? Aber der müsste halt mit seiner Hand, der müsste halt mal runterkommen mit der, aber der macht das nicht. Er ist nicht nett. Er spammt, nur er spammt, Leute. Wenn er weiter spammt, kann ich nichts machen. Da an der Wand hochgehen und an der Seite, bei ihm ist es ein bisschen hoch ätzend. Dü, dü. Er müsste viel netter. Ja, das ist schon besser, aber auch irgendwie viel zu fies, ey. Yeah. Ach. Komm wieder runter mit deiner Hand, komm runter. Ja. Vielleicht immer unten stehen bleiben oder so. Komm runter mit deiner Hand. Ah, Flammenwerfer, dü, 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 dü. Boah. Das ist das hier mein, ey. Zwei Energy-Tanks hab ich noch. Ah, ist das fies. Das war auch richtig gemein. Von unten durchgefallen. Habt ihr das gesehen? Dü, 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 dü. Jetzt komm mal wieder runter mit deiner ollen Hand. Ja, nicht mich hier einkesseln. Was soll denn das? Dü, 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 dü. Leute, er macht's nicht mehr. Er macht's nicht. Er hat mich hier komplett verarscht, Leute. Er verarscht mich. Boah. Mhh. Hochsprung ist halt echt ätzend, ey. So, jetzt komm schon. So, komm schon, komm schon. Ich hab doch noch einen ganzen Energy-Tank hab ich doch noch. Ich hab noch einen ganzen. Ja, komm, sei lieb, sei lieb. Ja. Okay, okay, okay. Jetzt bring's nach Hause, jetzt. Bring's jetzt bloß noch nach Hause. Dü, 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 dü. Ach, okay, letzter Energy-Tank. Okay, jetzt komm, mach deine Hand. Ja, immer komm mit deiner Hand hier runter. Ein Treffer noch. Jetzt komm schon. Komm runter mit deiner Hand. Ja. Und sag Tschüss. Ja. Es ist vorbei. Alter. Das ist nicht möglich. Ich bin doch ein Webleut. Ich kann von dir nicht vernichtet werden, Mann. Dann siehst du doch. Warum, X? Warum hast du uns das angetan? Du hast uns viel mehr angetan. Der war richtig übel. Ohne die Menschen wären meine Reploit-Brüder hätten ein neues Zeitalter einläuten können, Mann. Ohne Menschen, sag, bist du verrückt? Die Menschen sind doch so vierseitig. Oder nicht? Alter, Instant-Kill. Leute, wir haben es geschafft. Damit ist Mega Man X durchgespielt. Und auch noch zu 100 Prozent. Puh. Boah, explodiert, ey. Richtig krass. Der Krieg ist vorüber. Also für jetzt, ne? Und Frieden wurde wieder hergestellt. Aber die, die sich selbst opferten für den Sieg, werden niemals zurückkehren. Zivou. Nein, Zivou. Aus der Puste denkt X über die Zerstörung nach, die ihr geholfen hat. zu verursachen und fragt sich, warum er die Wahl des Kampfes traf. Hätte es einen anderen Weg geben können? Alter, so wie er da steht auf der Klippe, ja. Es scheinen die Antworten vor ihm zu verschwinden. Vor ihm zu fliehen quasi, ja. Nur er weiß, nur er weiß, dass er die Mavericks erneut bekämpfen wird, bevor er seine Antworten findet. Alter, er ist so episch oder guckt ihn euch an. Wie lange wird er wohl noch kämpfen? Wie lange wird sein Schmerz verbleiben? Was ist denn jetzt los, ey? So wirkt er dir gar nicht an. Ich hab viel mehr gelitten. Da müsste mein Name stehen, nicht X. Vielleicht nur der X-Buster an seiner Hand weiß das mit Sicherheit. Nur mein Controller, nur der Controller an meiner Hand weiß, wie lange mein Schmerz so andauern wird. denn uns erwarten noch drei weitere Games. Ach, Mega Man X, ey. Was soll man sagen, Leute? Wirklich ein tolles Spiel. Ein richtiger Klassiker. Kann ich so unterschreiben. Alter, da läuft er nach Hause. Und ich glaube, wir können uns so ein bisschen bei den Credits hier ein bisschen dem Fazit widmen. Ja, also was soll ich sagen? Also das Spiel, ich versetze mich ja gerne in die Zeit zurück. Also für damalige Verhältnisse, Grafik, super krass. Musik ist ganz toll bei dem Spiel. Tolle Musik. Das Gameplay ist fantastisch. Finde es wesentlich, wesentlich besser als die originalen Mega Man Spiele. Also vor allem, wenn man einsteigt damit. Also, boah, ne, ist ein richtig logischer, cooler, gameplaymäßiger, effizienter Schritt nach vorne, wer die ganze Mega Man Reihe dann halt, ja, sich weiterentwickeln lassen hat mit Mega Man X. War wirklich cool, hat echt Spaß gemacht. Das Spiel war durch die Bank weg die ganze Zeit sehr, sehr fair. Du hast immer wieder Möglichkeiten gehabt, dich aufzuladen oder deine Waffen aufzuladen und so was. Ne, konntest halt auch immer wieder in die Stages zurück. Konntest viele Sachen finden, waren schön versteckte Sachen. Ich fand das, ja, zum ersten Mal geil, der Chill-Pinguin. Jetzt nochmal die ganzen Mavericks, da guckt ihr euch an, die sind alle tot. Tja, ihre Erinnerung wird verbleiben, ne? Ja, also ja, die Rüstung, die Mega Man sich zusammensammelt, fand ich ein cooles Feature, dass das einfach so eingebaut wurde dadurch, dass da viel stärker wird. Ja, die ganzen Mavericks, die fand ich auch alle cool. Cooles Design, schöne, schöne Methoden, die platt zu machen. Ja, und alles in allem sehr, sehr fair gehalten, das Spiel. Die Stages waren jetzt auch nicht so lang, selbst wenn du immer irgendwie alle Leben verloren hast bei so einem Maverick, ja, hat nicht lange gedauert, dann kannst du ja gleich normal versuchen, mit drei neuen Leben. Ne, also sehr, sehr cool. Einziger wirklicher Wermutstropfen, aber das ist halt wieder, ja, wenn ich angesprochen habe, vorhin am Anfang des Parts. Ich verstehe nicht, warum Capcom nicht dieses, dieses Speicherfeature da irgendwie halt in die Moderne bringt, so. Ich weiß es nicht, weil man sich denkt von wegen, aha, da kann man ja die Sigma-Stages nicht mehr zocken. Ja, darum jetzt ja. Also, oder dann hätten sie den Außermenü anpassen können und natürlich du als Mega Man X. Yeah, Leute! Ich werde auch wieder namentlich, ich werde bedankt im Spiel. Ist das nicht klasse, Leute? Richtig klasse. Ach, schön. Schön, schön, schön. Also, jetzt kommen die Kürte, jetzt okay. Oh, der komische Fernseher im Hintergrund, nein, was soll's. Ne, also, also durchweg, also nur durchweg kann, ihr habt es ja mein ganzes Let's Play jetzt hier gesehen, durchweg aber, muss ich sagen, ist definitiv positiv. Also, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Leuten das damals gefallen hat. Und es würde wirklich überhaupt nicht viel fehlen, das Spiel zu einem modernen Klassiker zu machen, das heute noch sehr gut spielbar ist. Also, an sich, an sich war die ganze Zeit gut spielbar. Wo es halt irgendwie so, diese letzte, das ist halt wirklich eine, naja, das ist halt eine Falle irgendwie. Das habe ich überhaupt nicht, war überhaupt nicht ersichtlich, dass das Spiel immer schön speichert, außer bei den Sigma Stages nicht. Also, warum kommt denn der, der Speicherbudget überhaupt? So hätten sie es machen können. Hätten sie einfach machen können, ey, du erledigst zwar diese Abschnitte in der Sigma Stage, so, aber dann kommt halt dieser Speicherbildschirm nicht. Sodass du als Spieler halt merkst, oh, Moment mal, ich konnte jetzt gar nicht speichern. Ja, wobei, da wärst du vielleicht dann noch so drauf gekommen, dass da denn andere Welten gehst, um da abzuspeichern. Thanks for playing, presented by Capcom. Ja, aber wie gesagt, es ist eher eine Kritik an Capcom, weil es ja jetzt, der x-te Release von dem Spiel, der halt ist, ne, also, dass sie da immer noch durch die Macht haben, sehr, sehr schade. Aber nee, trotz allem sehr, sehr geil. Leute, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schreibt mir sehr gerne, wie ihr es fandet, das erste Game. Ging jetzt auch wirklich überhaupt nicht lange. Sehr, sehr angenehm alles. Und ich freu mich, wirklich, ich freu mich wirklich sehr auf die nächsten Spiele. Mega Man X2 kommt als nächstes. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe wirklich, dass der Standard so bleibt, denn freu ich mich sehr drauf. Und die Endbosse und so, ach, war alles cool, also, hat wirklich Spaß gemacht. Tolle Serie. Du hast nur einen zeitweiligen Sieg, Arum X. Was du zerstört hast, war nur mein, einer meiner Körper, mein Geist bleibt intakt. Es wird die Zeit kommen. Da finde ich einen anderen Körper, der stark genug ist, meine Arbeit zu machen und ich werde zurückkehren. Wir sehen uns schon bald wieder, X. Sehr bald. What? Alter, Scheiße, richtig mit Cliffhanger? Sogar richtig mit einem Cliffhanger, der aufs nächste Spiel hinweist? Oh, 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 oh. Sogar noch eine Augenschaft, die kriegt, dass er es richtig durchgespielt ist, oder wie? Okay, Leute, ich, ähm, soll ich jetzt doch mal ein bisschen länger warten? Ich weiß gar nicht. Weil ansonsten würde ich den Partys noch ein bisschen nutzen, die restliche Zeit, um nochmal im Museum zu gucken. Oder gucken wir da ganz, ganz, ganz zum Schluss rein. Ich glaube, damals habe ich das auch immer pro Spiel gemacht, ne? So ein bisschen die Sache. Ich glaube, das Museum hier ist größer. Ne, dann machen wir mal ein, machen wir irgendwie noch ganz zum Ende dieses gesamten Projekts. So eine kleine Museumsrunde. Ja, dann kann man natürlich auch einen ganzen Part dafür überhaupt verbrauchen. So, ich drücke irgendwelche Knöpfe, ich drücke Knöpfjes. Äh, es passiert nix. Na gut, Leute. Aber ja, dann, ne, gehen wir wieder zurück über geordneter Menü. Über geordnetes Legacy Collection Menü. Beenden zum Mob-Kop-Kotier zurückkehren. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Ja, also ihr werdet jetzt wieder alles verlieren, ne? Auch Hadouken. Schade, dass ich die Hadouken mal ihren Pleit gemacht habe. Naja. Naja. So, wir verlassen das Game. Äh, hoppala. Äh, ups. Ach, mein. So. So. Alles klar, bist du sicher? Jawohl. Also das war's. Wir haben es durchgespielt. Ich freue mich sehr. Ja, Belohnung für Spielabschluss. Eine neue, ein neues Hintergrundbild wurde freischaltet. Das kannst du in Optionen auswählen. Ey, das ist ja mal nett. Es gibt sogar freispielbare Sachen. Cool. Aber Leute, das soll's erstmal gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, Museum hänge ich mal diesmal wirklich ganz, ganz hinten dran. Heldgalerie, Musik und Produkte eher. Na, okay, Musik vielleicht nicht, ne? Aber, ne. Leute, wir sehen uns beim nächsten Partei wieder. Sofern ihr noch Bock habt. Ja, ich freue mich sehr auf Megaman X2. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.